So, ich möchte das jetzt, naja, so sagt man eigentlich nicht auf YouTube, leider habe ich schon den Kauf, irgendwie schon gesehen, 19.30 Uhr war ich in Zeheim, ich zähle, und ich möchte von keinem gestört werden, wenn ich in Zeheim bin, wenn ich in Zeheim bin, dann gibt es kein Wenn oder Ab, aber ab anderem, das darf ich erzählen so, jeder Mensch ist anders, anders gebaut oder andersrum, okay, ich habe gesagt, in Zelzern wurde nicht an einem Tag gebraucht, da waren schon ein paar Baustellen oder solche, richtig zu sagen, man kann nicht alles schaffen, in dieser Welt ist niemand wirklich geteckt, ich meine, ach, wie ein Kologen an, da dürfen das zehn Leute Herzfeind tun, so, wenn ihr noch ein Jahr eingeht, ist aber das, ich denke mal nach, bevor die Erlebnung macht, das ist nicht mehr, die Gesundheit, die Gesundheit, oder dass ihr die zweite Welle damit abschauen will, es ist sie, der damit betroffen ist, jeder, sogar in den eigenen Haushalt, deswegen stelle ich euch eine Frage, was ist euch lieber, welche Geschäfte laufen im Gange, ich denke, das war's erstmal.